Ja, hallo, es ist wieder Freitag und ich beantworte eure Fragen. Ich fange gleich an. Zoe Fee, die hat mir geschrieben, liebe Frau Dr. Bracht, wie viel darf ich denn insgesamt an einem Tag trinken, ohne dass es ungesund ist? Ich mache Intervallfasten und trinke vor dem Fastenbrechen ca. 2 Liter Wasser oder Tee und danach im Laufe des Tages nochmal ca. 2 Liter. Ist das zu viel? Ich habe gelesen, dass zu viel Flüssigkeit wichtige Nährstoffe aus dem Körper spülen würde. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Ja, hier kommt sie. Also 4 Liter ist schon ganz schön viel, weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch noch Obst isst und Gemüse isst und Salate isst und andere Sachen isst. Also allein in unserer Nahrung kannst du davon ausgehen, dass wir schon nochmal auch durchaus 1,5 bis 2 Liter an Flüssigkeit haben. Deswegen sage ich immer so, also für jemanden, der so ganz normal den Tag verbringt, das heißt also arbeitet, ein wenig Sport treibt, dass der einfach 2 Liter am Tag trinken sollte. 2 bis 3 Liter, wenn man viel Sport macht oder viel schwitzt, warum auch immer, dann erhöht sich natürlich der Trinkbedarf. Im Übrigen mache ich das ganz ähnlich wie du. Ich trinke immer vor dem Fastenbrechen 2 Liter und dann nochmal, weil ich esse ja maximal 1 bis 2 Mal am Tag vor dem Essen, dann nochmal ein großes Glas Wasser meistens oder auch nochmal einen Kräutertee und dann abends vorm Schlafen gehen, dann gönne ich mir vielleicht nochmal einen Gute-Nacht-Tee oder einen Rosentee, einfach weil das so schön ist, weil es so fein ist, abends dann nochmal was zu trinken. Das sind dann auch ungefähr 2,5 bis 3 Liter, aber mehr trinke ich auf jeden Fall nicht. Aber ich esse einfach auch noch ganz viel an Obst und ganz viel Salate und Gemüse und da ist einfach auch nochmal viel Flüssigkeit drin. Und das gilt natürlich auch für alle von euch. Ja, weiter geht's mit einer Frage von Rico Gasser. Und zwar, was kann man zu sich nehmen, wenn man Linsen nicht mag? Also welches Ersatzgemüse anstelle von Linsen? Ich mag Eier essen. Sollte man diese auch besser weglassen? Wie stehen Sie bezüglich der Eier dazu? Und freue mich auf Ihre Antwort. Liebe Grüße. Also, wenn man Linsen nicht mag, ja, das ist sehr schade, weil ich finde Linsen so gut, vor allen Dingen, weil man Linsen hervorragend zubereiten kann. Also vielleicht magst du die ganz normale Linsensuppe nicht. Man kann Linsen nämlich auch wunderbar als Burger verarbeiten oder Linsengemüse mit den unterschiedlichsten Gewürzen zu unterschiedlichsten, wundervollen Hülsenfrüchten Mahlzeiten machen. Meine Güte. Also vielleicht nochmal ausprobieren und den Linsen eine Chance geben. Linsen zählen nicht so wirklich zu den Gemüsesorten, sondern sind die Hülsenfrüchte. Und Hülsenfrüchte sind die allerbesten Eiweißlieferanten, die wir haben können. Und wenn du tagtäglich eine Hülsenfrucht, und jetzt zähle ich dir mal auf, was es sonst noch gibt, es sind die Erbsen, es sind die Bohnen, das sind die Kichererbsen. Auch die Sojabohne ist natürlich eine Hülsenfrucht. Und auch die Erdnuss im Übrigen ist keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht. Und wenn ihr eine von diesen Hülsenfrüchten mit einem Vollkornprodukt oder mit einer Vollkornvariante kombiniert, dann habt ihr ein biologisches Eiweiß, dessen Wertigkeit bei 100 liegt. Und das übersteigt die biologische Wertigkeit von allen tierischen Eiweißen. Ja, und zum Thema Eier. Ja, das Ei ist genommen worden für die Bestimmung der biologischen Wertigkeit, weil ein Ei hat die biologische Wertigkeit von 100. Das heißt also, dass in einem Ei alle essentiellen, mit der Nahrung aufzunehmenden Eiweiße beinhaltet. Und ihr braucht diese Eier, weiß Gott nicht. Und es sind tierische Substanzen und wie ich dazu stehe, wisst ihr ja. Und ihr könnt diese biologische Wertigkeit von 100 genauso easy bekommen, wenn ihr eben euch auf die Kombination von Vollkorn und Hülsenfrüchten einlassen könntet. Ja, und dann hat Jörg Simler geschrieben, was empfehlen Sie Menschen, die früher gerne Butter oder Margarine auf dem Butterbrot unter dem Brotaufstrich gegessen haben und gerne weiter etwas unter ihrem Brotbelag haben wollen? Ist biologisch-vegane Pflanzenmargarine aus ihrer Sicht zu empfehlen? Ja, das ist so ein Thema. Ich verstehe das mit dem Butterbrot, komme ja auch aus dieser Butterbrot-Generation. Und wenn ich wirklich unbedingt mal so ein Butterbrot-Ersatz haben möchte, dann ist es tatsächlich die biologische, vegane Margarine in dieser goldenen Verpackung. Die schmeckt auch ganz gut, lässt sich im Übrigen auch bei Gebäck als Alternative sehr gut verwenden. Aber es gibt noch ganz andere tolle Brotaufstriche, beziehungsweise Butterersatzaufstrich unter dem richtigen Brotaufstrich. Aber immer daran denken, das ist dann schon auch sehr wertig, was die Kalorienzahl anbelangt. Aber es gibt auch einen Aufstrich als Butterersatz, der kaum Kalorien hat. Und das habe ich von den Spaniern gelernt. Das ist einfach Tomatensalze. Also ihr nehmt frische Tomate, macht ein ganz bisschen, aber ihr könnt es auch sein lassen, ganz Tropfen Öl vielleicht rein, Olivenöl. Es macht das Ganze so ein bisschen geschmeidiger. Und ich mache dann immer noch mal gerne Kräuter, frische Kräuter dazu. Entweder, wenn ich es ein bisschen exotischer haben möchte, Thai-Basilikum oder aber auch Minze. Oder aber, und das ist schon so mein Liebling, das ist das Basilikum schlechthin, einfach in den Mixer und dann als Brotaufstrich, Butterersatz, finde ich das super, super lecker. Aber was auch gut schmeckt, ist einfach ein Avocado-Mousse zu machen oder Avocadoaufstrich auf das Brot. Meine Güte, das ist fantastisch. Oder aber auch super gut schmeckt, veganes Pesto, Tomatenpesto, Rucola-Pesto, Basilikum-Pesto und das auf das Brot drauf. Und dann vielleicht einfach noch frisches Gemüse dazu. Ach, das ist schon was ganz Leckeres. Ja, das war's für heute. Ich möchte gerne neue Fragen, mehr Fragen zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung, zu allem, was euch beschäftigt, was euch mit eurem Lifestyle beschäftigt. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn der Daumen nach oben geht und wenn ihr auch meinen Kanal natürlich eurer Familie oder euren Freunden empfehlt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal.